Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich Willkommen zurück zu Reign of Giants. Und wir waren auf dem Weg, oder wollten zumindest in den Sumpf gehen. Und ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich Chester hier lasse. Lasse ich Chester hier? Ich glaube, der ist schon voll, ne? Ja, ich glaube, ich lasse ihn hier. Ich lasse ihn tatsächlich hier. Aber, Chester, du hältst die Stellung bitte. Und ich gehe alleine. Ich weiß nicht warum. Ich gehe alleine. Ja, es kann sein, dass es diese Ankündigung von Client Entertainment schon länger gibt. Aber die haben tatsächlich vor, ab Sommer einen Multiplayer rauszubringen für Reign of Giants. Wahrscheinlich wird man dann da gegeneinander arbeiten müssen. Aber das finde ich schon mal nicht uninteressant, muss ich sagen. Und jetzt laufen wir mal eben nochmal in den Sumpf ab. Achso, einfach nur eine... Oh mein Gott. Nicht stehen bleiben. Das ist alles nass. Toll, auch noch am Baum hängen bleiben. Das ist genau das Richtige hier im Sumpf. Spinnen! Oh, ich brauche Spinnen. Verdammt. Und wenn ich richtig sehe, werden die Tage kürzer. Hi, Spiders. Come on, Baby. Komm. Komm, 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 komm. Wah! Äh, hier. Spinne. Ihr sollt... Hallo? Arbeitet für mich! Ihr verdammten Tentakeln. Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Verdammt! Wow, 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 wow! Och, Menno! Warum geht denn das nicht? Verdammt nochmal! Wollt ihr mich ärgern? Ja, nun. Was nun? Regst du dich auf, weil es nass ist. Na, es regnet. Ja, es regnet. Böse, böse. Hallo? Bist du kaputt? Spinne? Ah! Okay. Ha! Huch! Oh! Nicht gut fürs Gehirn. Kriegt das richtig? Okay, Monster Meat. Was soll ich mit Monster Meat? Ich brauche kein Monster Meat. Ah! Okay. Kriegen wir doch noch mehr raus. Wahrscheinlich kommen die gleich sowieso. In Scharen. Okay. Jetzt machen wir ihn alle. Komm. Hallo? Ähm, Spear. Jetzt nochmal richtig. Ah, ja gut. Spider-Gland ist auch nicht so schlimm. Können wir auch gebrauchen. Ah, Mücken! Hau mal drauf, bitte. Drauf hauen. Ja, jetzt mache ich es kaputt, ne? Ach, gucke mal. Das mögen die auch nicht. Dann bleiben wir mal ein bisschen hier auf dem Weg. Äh, noch mehr Mücken. Oh, drei Tentakel. Verdammt. Aber da liegen so tolle Sachen. Wow. Da liegen so tolle Sachen. Und ihm wird kalt. Oh. Oh, da liegen so tolle Sachen. Verdammt. Was mache ich? Hm. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Not too greedy. Not too greedy. Oh. Okay. Hui. Okay. Noch ein Fisch. Oh, da liegt... Oh. Froglegs. Froglegs. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm. Axt. Wenn wir schon mal... Hier sind wir. Jetzt darf man bloß nicht das Holz abbrennen. Aufsammeln, 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 aufsammeln. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann können wir gleich wieder einen hinpflanzen. Und da pflanzen wir noch einen hin. Oh, unsere erste Nacht im Sumpf. Ob das so eine gute Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Okay, ich will aber da oben die Sachen auch noch haben. Und es wird gleich dunkel. Keine gute Idee. Oh mein Gott. Voll, 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 weil wir ja natürlich den Rucksack abgelegt haben. Oh, wie schlau. Mann, schlau. Jetzt werden ein paar Drainwacks nicht schlecht, ne? Okay, die Fische, die scheinen am schnellsten schlecht zu werden. Dann kochen wir uns jetzt eben einmal ab. Oh, also fürs Gehirn bringt das ja gar nichts. Ich dachte, Gehirn, ja. Ich dachte, Fisch sollte so gesund sein. Und das Eis wird schlecht. Die Frage ist, sollte ich es essen? Ja, das war für beides in Ordnung, ne? Aber die Gehirnleistung ist mies. Oh, ich glaube, ich war in Reign of Giants noch nie alleine im Sumpf in der Nacht. Ich meine alleine. Ach Gott. Ich meine, in der Nacht im Sumpf. Verdammt. Sagt die Karte uns irgendwas? Ne, ich denke immer mal, der wird verdammt riesig sein, der Sumpf. Und ich befürchte, es wird dann wirklich bald Winter. Oh Mann. Das wird nicht witzig. Aber was mit dem Multiplayer wird wahrscheinlich interessant. Also ich gucke mir das mal definitiv an, wie sie das lösen wollen. Die Idee finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Es ist nur die Frage, wie sie es machen wollen. So, jetzt darf es gerne wieder hell werden, weil ich möchte hier eigentlich ganz schnell raus. Aus dem Sumpf zu Chesty zurück. Komm, get hell. Keine gute Idee. Aber wir können eben noch mal ein paar Cerealien zum Frühstück rösten. Jetzt nur noch die Blumen pressen, wenn es nicht anders geht. Aber wir haben schon ganz schön gelitten. Oh, ich möchte die Sachen da oben mitnehmen. Nein, wir wollen aber auch weiter. No time to lose. Wow, das ist gerade größer geworden. Und da brodelt es. Oh, das war gefährlich. Das war verdammt gefährlich. Verdammt gefährlich. Oh, da sind ja natürlich ganz viele dran. Wow, durch, 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 durch. Wieso, wieso? Blöde Spinner. Blöde Spinner. Oh, au, 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 au. Das war ganz übel. Oh Gott, das war dämlich. Dämlich, 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 dämlich. Ah, toll. Nee. Zu gefährlich, zu gefährlich, zu gefährlich, zu gefährlich. Oh, oh, oh. Nee, die flippen nur aus. Okay. Nee, wir laufen jetzt hier zügig weiter. Das ist mir zu... Oh, verdammt. Jetzt habe ich mich noch nicht mal geschnappt. Geh wieder rein, geh wieder rein. Ja, ja, fein. Geh wieder rein. Nein, wir wollen da jetzt durch. Oh, oh mein Gott. Zu viel, zu viel, zu viel. Zu viel Tentakeln. Toll. Gut gemacht. Moment. Moment. Oh Gott. Oh, verdammt. Das war... Okay. Also nur, dass ihr es wisst, ich lasse es nicht drauf ankommen. Aber ich bin vollkommen desorientiert. Oh, danke. Okay. Okay, das wird mir jetzt hier zu heikel. Oh, nur noch mehr Spinnen und noch mehr Tentakeln. Oh. Land. Land. Wäre ich der Papst? Ich würde jetzt den Boden küssen. Okay, das ist unschlossen von Sumpf. Ja, das ist einfach nur ein kleines bisschen... Oh, nee, das geht gar nicht. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ähm. Idee. Idee. Ich hoffe, keine schlechte Idee. Ich hoffe, keine schlechte Idee. Ich hoffe, keine schlechte Idee. Ein Holzbruch ja trotzdem. Ähm. Oh, wir sind schon wieder kühl, sag mal. Ja, wir müssen gleich Feuer machen. Oh. Oh. Ach, das nützt mir ja gar nichts. Na, wir haben die Healing-Serve, haben wir noch gar nicht... Haben wir die schon freigeschaltet? Ähm. Wo war die denn? Gott. Wo war die? Ja, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Oh, Mann. Ich bin ja echt ein Spezi. schrecklich... Gut.